Hallöchen Freunde der Live-Standard zu Mjuries. Es beginnt die 50. Kalenderwoche und ja, das Jahr ist fast vorbei und zum Abschluss sind noch ein paar Spiele im Gepäck. Die Spiele, die ihr jetzt hier seht, sind die, die diese Woche erscheinen. Vom 10. Dezember bis zum 16. Dezember 2018. Interessante Spiele sind auf jeden Fall dabei. Was auch interessant ist, ist unser Spieltipp. Unser Spieltipp diese Woche ist Knights of Pen & Paper 2. Knights of Pen & Paper 2 erscheint diese Woche als Deluxe-Edistion für Konsolen. Spielt als Gruppe von Pen & Paper Spielern ein Pen & Paper Rollenspiel. Macht euch auf eine Welt der Reiter, erstklassigen Kriegsführung und auf Beat-Pop-Up-Referenzen bereit. Im Sequel des erfolgreichen und preisgekrönten Spiels Knights of Pen & Paper. Knights of Pen & Paper 2 ist ein rundenbasiertes Pixel-Art-Abenteuer im Retro-Stil. Voller Gefahren, Intrigen, Tod und Rettungswürfe. Das von Key Games entwickelte Knights of Pen & Paper 2 erscheint via Paradox Interactive am 11. Dezember 2018 für PS4, am 13. Dezember für Nintendo Switch und am 14. Dezember für Xbox One. Das Spiel ist mit einem PEGI-12-Rating versehen. Ja, das war MDRs. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Schreibt uns doch, auf welcher Spiele ihr euch in den kommenden Wochen freut. Gerne würden wir eure Kommentare lesen und damit ihr nichts von uns verpasst, abonnieren nicht vergessen. Wir wünschen auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.